Das wird mir jetzt quasi von euch übergeben. Genau. Das wird mir jetzt quasi von euch übergeben. Wo ist das? Wie weit ist das? Karton? Karton weg. Und die Äpfel? Nimm mal so ein bisschen. Nimm mal in die Hand. Wer geht nimm mal in die Hand? Wer geht nimm mal in die Hand? Wer geht nimm mal in die Hand, bitte? Ja. Okay. So, jetzt da hin. Und jetzt? Also in dem Buch steckt ganz, ganz viel Herzlichkeit und Liebe und ja auch Begeisterung drin. Also das ist ja eigentlich aus 24 Seiten, klein mal ein bisschen was drucken, entstanden. Und dann sind es jetzt doch 96 Seiten geworden. Und ich muss sagen, ich habe mich im fiktualen Markt verliebt in der Phase. Weil ich habe mit jeder Dame gesprochen und ich glaube, ich habe das Herz des virtualen Marktes gespürt, während ich das Buch gemacht habe. Und ich denke, jeder, der das Buch kauft, wird einen Einblick bekommen, was diese Tradition Tanz der Marktwiber eigentlich Tolles ist in Münchenland. Dass das wirklich was Einmaliges ist und wie viel Arbeit, Herzblut und vor allen Dingen auch Eigeninitiative in dem Tanz steckt. Und was die Damen ja hier, die ja von frühmorgens bis abends am Markt stehen, dann noch in der Freizeit, die eigentlich schon, ja ich sage mal so, es ist eigentlich gar keine Freizeit da, wenn man hier arbeitet, doch auf die Beine stellen. Und ich muss sagen, Hut ab und ganz, ganz großen Respekt vor allen den Damen, die hier tanzen, weil es einfach super ist. Und ich sage auch Danke an die Christi Lang, die mich sehr unterstützt hat. Danke an die Carola Wagner, die mir bei meiner Grafik geholfen hat, auch meine, wie sagen wir so, meine netten und nicht so netten Seiten kennengelernt hat in der Phase. Und ja, und ja, danke an den Viktualenmarkt und an die Stadt München. Und wenn ich jetzt jemanden vergessen habe noch damit, ja natürlich meine Grafiker, meine Lektoren, dann, wir haben gestern noch eine Webseite ins Netz gestellt, also auch an meinen Programmierer, tanzdermarktwiber.com, da können Sie es auch kaufen. Und was ganz wichtig ist, das Buch gibt es ab heute an den Ständen am Viktualenmarkt bei den Damen zu kaufen. Und wenn Sie Glück haben, es gibt 2500 Stück, die sind alle von mir handsigniert. Und wenn Sie am Viktualenmarkt kommen, es ist eine Lehrseite drin, das ist die Seite 3. Wenn Sie wollen, können Sie von Stand zu Stand gehen, weil da haben wir hinten einen Plan. Und sich die Unterschrift der Dame holen, wenn sie da ist. Sie sind nicht immer da, aber vielleicht wenn Sie Glück haben. Ja, das wäre es, der Preis ist 19,90 Euro. Also kurz mit Brichsel, oder jetzt auch wenn Sie Weihnachten zum Beispiel noch Geschenke suchen, auch eine super Idee, denke ich mal, etwas aus München zu schenken. Die kann man jetzt gleich mithaben. Der Christian? Ja, die Linie 8. Der war doch beim Tanzen, das erste Mal, wo man da tanzt hat. Aber das ist er nicht. Nein, der auch nicht. Also so ein Juni ist das. Warst du nicht beim Dämischen Rittangstern? Ja. Oder ist er doch mit der Florian oben gewesen? Das ist unser Goldschatz, der unsere Kostüme macht. Ja, die ist alle lieb. Amatt Ferens. Hast du lachen? Das ist unser Goldschatz. Die Bella steht falsch. Die Bella steht falsch. Komm her, Bella. Komm her, Bella. Oh, das klingt wel Nederlands. Ich habe einen Mannigen in Nederland. Ohlala. Warum kein Dänse Mann? Nein, das ist besser. Das ist besser. Die Nederlandse Mannen sind besser. Das ist ein Blumenboer. Ich verkaufe Blumen. Ja, ich sehe es. Das ist schön. Und meine Augen auch. Oh, danke. Hey Jay. Ja, super. Danke. Komm her. Hand. Da. Und mehr zu. Mehr zu.